Spielen unter Linux Also euch braucht dort wirklich nicht langweilig zu werden. Ich habe da mal ein paar Sachen zusammengestellt und die stelle ich euch denn mal so vor. Da gucken wir gleich mal ein bisschen rein. Und dann kommen wir zu den Rennspielen. Der Extreme Tux Racer ist ein 3D Rennspiel mit, ja wem soll es anders sein? Mit Tux natürlich. Da rutschen wir auf den Bauch den Berg runter in einer Eislandschaft, versuchen Fische zu fangen. Und das gucken wir uns natürlich auch mal kurz an. Sieht jetzt nicht so toll aus, aber macht durchaus Spaß. Also Tux nehmen, Berg runterrutschen. Was Pinguine halt so machen, das machen die ja in Wirklichkeit auch so. Die rutschen auf den Bauch einige Strecken, weil das für die wohl deutlich einfacher ist, als mit den Füßen so hin und her zu laufen. Ja, und dann legen wir uns in die Kurve, gleich in die andere Richtung und wenn er länger fliegt, gibt es dafür glaube ich auch noch irgendwie Bonuspunkte. Aber Fische sammeln und runterrutschen bis ins Ziel. Ja, Extreme Tux Racer. Daneben gibt es natürlich haufenweise Ego-Shooter, ob das jetzt so Retro-Shooter sind, so wie Free Doom, was ja auf Doom 1 und 2 basiert, allerdings freie Daten verwendet. Oder ob das jetzt verschiedene Quake-Varianten, Quake-3-Varianten, wie Open Arena sind oder Sauerbraten. Ja, letztendlich ist es ja immer irgendwie so dasselbe. Das Einzige, was ich jetzt wirklich für euch mal aufgenommen habe, damit es nicht ganz so brutal ist, ist World of Patman. Und ich habe wirklich alles dabei gegeben, denn mir wird relativ schnell schlecht von diesen 3D-schnelldrehenden Spielen. Also hinterher ging es mir nicht so wirklich gut. Ich habe das Ganze vorher aufgezeichnet, also wird man mir jetzt nicht ansehen, dass ich auf einmal grün im Gesicht bin. Ja, aber es war schon... Ja, ich habe es für euch gemacht. Hilfe, Hilfe. Er kann uns helfen. Batman. Ja, und man schießt dabei mit Farbe. Also es wird keiner wirklich verletzt dabei. Darum dachte ich mir, das ist jetzt... Das kann man auch mal zeigen. Ich kann mir erst mal einen Charakter aussuchen. Da gibt es verschiedene, die sind... Wie soll man sagen, alle nicht schön. Die sind durchaus richtige Charakterköpfe, Comic-Charakterköpfe. Ja, zum Beispiel ihn hier, ob der jetzt so schnell lauft kann. Ich weiß es nicht. Oder kann man auch natürlich tragen. Ich könnte das jetzt nicht tragen, aber er kann es oder so. Müsst ihr wissen. So, und das sieht in Live denn so aus. Ihr könnt vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, warum mir von sowas schlecht wird. Einige reagieren mehr auf sowas, andere weniger. Ich kann irgendwelche komischen Gegenstände einsammeln. Ich kann mir irgendwelche Waffen und Munition sammeln und irgendwelche Farbmarkierungsdinger. Und ja, ich bin relativ klein im Gegensatz zu der Umgebung und meine Gegner zum Glück auch. Ja, und dann gibt es natürlich auch hier Gegner, die sich mit verschiedenen Zeugen behacken. Das sind alles Bots in meinem Fall. Und entweder ich schaffe es oder die. Ja, also Ego-Shooter in einem bunten, schnellen Ambiente. Was relativ groß ist im Gegensatz zu mir und meinen Gegnern. Bis jetzt hatten wir ja bloß native Spiele, die entweder direkt auf Linux laufen oder es waren auch zum Teil Spiele drunter, die unter Java oder Mono laufen. Jetzt geht es um Windows-Spiele. Die kriegen wir auch in einem sehr großen Umfang unter Linux zum Laufen. Dafür gibt es eine Wine-Laufzeit-Umgebung. Die gaukelt den Spielen ein Windows vor, bildet Teile der Windows-API nach, sodass diese Windows-Spiele halt eine Umgebung finden, worin sie laufen. Und Dinge wie hier DirectX werden umgesetzt in OpenGL oder Vulkan. Also Wine ist quasi so ein Zwischenkleber zwischen der Windows-Anwendung und eurem Linux-Betriebssystem. Es gibt verschiedene Wine-Versionen. Also quasi einmal hier Wine, das Original. Das bekommt ihr unter Wine HQ, beziehungsweise in der Paketverwaltung von eurer jeweiligen Distribution. Dann gibt es spezielle Anpassungen dazu. Dann gibt es hier Wine.GE, das ist sehr stark auf Spiele ausgelegt, denn das Original Wine, das versucht auch sowas wie Office-Anwendungen unter Windows auf Linux lauffähig zu machen. Also der Fokus von dem Wine ist jetzt nicht unbedingt nur auf Spiele, sondern auf eine breite Palette von Windows-Anwendungen. Und dieses Wine.GE, das ist auf Spiele ausgerichtet, genauso wie Proton. Proton.GE, das ist auch auf Spiele ausgerichtet. Das kommt aus dem Steam-Bereich, wo versucht wird, möglichst viele Spiele, die eigentlich bloß für Windows veröffentlicht wurden, auch unter Linux zum Laufen zu kriegen. Für die Steam-Box, falls es die überhaupt noch gibt, ich weiß es nicht genau. Und auf dem Steam-OS zum Laufen zu kriegen, was eben Linux-basiert ist. Damit das für euch ein bisschen einfacher gibt, gibt es sogenannte Starter-Launcher. Ich habe da den Heroic Games Launcher bei mir ausprobiert. Den benutze ich auch wirklich. Wie ich schon erzählt habe, Epic schmeißt jede Woche ein bis zwei Spiele raus. Mehr oder weniger gute, die allerdings bloß unter Windows laufen, normalerweise. Aber mit Wine.GE und Proton.GE kriegen wir die auch unter Linux zu laufen, zu einem sehr großen Teil. Und da habe ich dann so eine Oberfläche, mit der ich meine Spiele verwalten kann. Und den könnt ihr unter heroic-games-launcher.com runterladen. Das gucken wir uns gleich auch mal ein bisschen an. Und ihr könnt da auch die GOG-Spiele einbinden, diesen Store mit einbinden, die Spiele runterladen lassen. Und damit eure Spiele verwalten und spielen. Daneben gibt es Lutris. Lutris kann ein bisschen mehr. Das kann von verschiedenen Anbietern hier Humble Bundle, Steam und Epic und GOG die Spiele verwalten, runterladen, installieren. Ja, aber ich habe eben das hier genommen. Ich meine, bei Linux-Guides gibt es ein Video zu Lutris. Sucht da einfach mal, wenn euch Lutris interessiert. Auch wenn vieles davon quasi sofort funktioniert, über einen der Emulatoren, hier Wine, Wine.GE, Proton.GE, kann es sein, dass Dinge nicht auf Anhieb laufen. Jetzt kann man gucken, was es eventuell an Lösungsmöglichkeiten dafür gibt. Da gibt es einmal diese Wine Application Database. Die gibt es dort. Da stehen sehr viele Anwendungen, aber auch viele Spiele mit drin, wo verschiedene Anwender, Gamer das mal ausprobiert haben, wie diese, jene und welche Anwendung halt funktioniert. Ob das Spiel gut läuft, ob man vielleicht hier und da nochmal irgendwie was machen muss. Vielleicht nochmal eine DLL austauschen. Oder ja, irgendwelche anderen Konfigurationsschritte durchführen muss. Da gibt es auch so eine Wertung zwischen Platin ist das Höchste. Das ist alles super toll, funktioniert bis zu Abfall. Und da könnt ihr dann halt gucken, bevor ihr da verzweifelt, ob das schon mal jemand gelöst hat. Denn die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass jemand anders das schon mal ausprobiert hat, dass ihr nicht der Erste seid. Dann gibt es auch Proton.DB ist eigentlich bloß für Steam gedacht. Aber da gibt es auch eine Menge, wo man denn mal gucken kann und vielleicht noch einen Hinweis kriegt, was man noch machen kann. Jetzt zeige ich euch mal, wie man an diesen Heroic Games Launcher kommt. Da geht ihr einfach auf die Projektseite. Dann geht ihr hier auf Download. Und dort habt ihr verschiedene Optionen, wie ihr den installieren könnt. Ihr könnt Flatpak nehmen. Ihr könnt auch das App-Image nehmen. Das App-Image ist einfach eine ausführbare Datei, die ihr runterladet, wo alles drin ist. Die ist hier jetzt 145 MB groß. Aber da ist schon mal alles drin und das läuft quasi unter jedem Linux-System. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr jetzt diese Datei ausführbar macht. Ihr könnt das halt grafisch machen über euren Desktop. Bei mir ist es jetzt in Downloads gelandet. Daher mache ich jetzt einen Rechtsklick drauf, gehe auf Eigenschaften, auf Zugriffsrechte und setze hier unten Datei als Programm ausführen und mache das Ganze wieder zu. Und jetzt nochmal Doppelklick drauf. Und jetzt öffnet sich hier schon der Heroic Games Launcher. Dann kann ich die Sprache umstellen, stelle ich natürlich ganz gerne auf Deutsch um. Und jetzt kann ich mich mit einem Epic- bzw. GOG-Konto anmelden. Da gehe ich dann auf Anmelden. Da ist auch so ein Webbrowser mit drin. Und ich möchte mich hier entweder mit meinem Epic Games Konto anmelden oder mit irgendwas anderem, womit ich mich dort angemeldet habe. Aber ich habe eben so ein Konto hier. Dann gebe ich hier meine E-Mail-Adresse an. Und mein Passwort muss ich natürlich genauso eintragen. Ich kann mir das hier drin abspeichern lassen. Das sage ich einfach merken und jetzt anmelden. Wenn das Ganze geklappt hat, dann kann ich hier zu meiner Bibliothek gehen. Und da werden Informationen untergeladen zu den Spielen, die ich besitze. Und da haben sich jetzt im Laufe der Zeit einige angesammelt. Neben, ja, sonderbaren Titeln sind auch ein paar halbwegs brauchbare mit dabei. Und das Zeug gab es halt eben gratis. Also ich habe der für nichts ausgegeben. Ich habe die einfach bloß immer gesammelt. Jede Woche ein, zwei Spiele mit dazu. Ach komm, nimm mit das Zeug. Auch wenn es irgendwie total sonderbar ist. Aber warum nicht, wenn es nichts kostet? Ach, pack mit dazu. Jetzt kann ich hier den Wine Manager verwenden. Und dort tauchen sie wieder auf. Also Wine GE Proton habe ich dabei. Dann gibt es hier auch noch spezielle Versionen davon für LOL. Das heißt ja nicht Laughing Out Loud, sondern Leech of Legends. Das ist nochmal so ein Spiel, worauf diese Version nochmal speziell optimiert ist. Und da gibt es denn verschiedene Versionen. Die kann ich jetzt alle runterladen. Das sind meine verschiedenen Laufzeitumgebungen. Und hier unten habe ich jetzt nochmal weitere Varianten. Und ich würde erstmal empfehlen, die neueste zu nehmen, welche auch immer das gerade ist. Also hier die Proton zu nehmen. Dann wird die dort erstmal runtergeladen. Dann in Verzeihnis entpackt. Und jetzt steht die zur Verfügung, sodass ich sie für Spiele verwenden kann. Dann gibt es hier auch noch Wine Lutris. Das ist eine andere Wine Variante, die für Lutris gebaut ist. Und da haben wir ja nochmal Proton GE nochmal irgendwie anders. Ja, müsst ihr halt gucken, was ihr da fürs jeweilige Spiel braucht. Also das ist so ein bisschen Versuch und Irrtum. Einfach mal ausprobieren. Wenn ein Spiel nicht funktionieren sollte, probiert einfach mal hier eine andere Variante von Wine. Und ja, dann kann es sein, dass es funktioniert. Also meine Erfahrungen sind ziemlich gut damit. Also fast alles habe ich zum Laufen gekriegt. Selbst diesen obskuren Rasenmäher-Simulator, den ihr am Anfang mal für zwei Sekunden gesehen habt. Das Ding wollte er erst nicht mit der einen Version, die ich vorher hatte. Aber damit läuft es jetzt auch. Ja, dann könnt ihr unter Einstellung noch ein paar Dinge festlegen. Zum Beispiel, wo die Spiele untergeladen, entpackt und installiert werden sollen. Wenn ihr jetzt in eurem Heimatverzeichnis nicht so viel Platz habt, könnt ihr eine externe SSD nehmen. Da könnt ihr irgendeinen Pfad angeben, wo ihr wirklich Platz dafür habt. Unter Wine hier könnt ihr noch angeben, welche Wine-Version als Standard verwendet werden soll. Da solltet ihr halt die nehmen, die ja aktuell ist und die wahrscheinlich ganz gut funktioniert. Die könnt ihr auch im Laufe der Zeit mal umändern. So, dass für neu installierte Spiele halt das genommen wird, was hier als Standard vorgegeben ist. Neben diesen Wine-Versionen, die ihr dort extra untergeladen habt, kann auch die Wine-Installation von eurer Distribution mit dort auftauchen. Und dann gibt es auch noch Erweiterungen dafür, für ihr Easy-Anti-Cheat und ihr Battle-Eye-Anti-Cheat-Runtime. Problematisch wird Wine oftmals dann, wenn irgendwelche Software mit dem Spiel dazu ausgeliefert wird, die erkennen soll, ob ihr irgendwelche Betrüger seid, also Cheater seid. Das läuft nicht so wunderbar rund. Und da scheinen irgendwelche Tricks zu sein, damit es denn doch funktioniert. Ja, und wenn ihr das so grundlegend eingerichtet habt, dann könnt ihr auf eure Bibliothek gehen, dann Titel auswählen, zum Beispiel sowas hier. Und dann werdet ihr gefragt hier, wo soll das Ganze installiert werden. Das ist der Standard-Pfad, der erstmal drinsteht, aber ihr könnt das nochmal direkt anpassen. Dann könnt ihr hier nochmal so ein Prefix für Wine angeben, denn bei jedem Spiel, was ihr installiert, wird von diesem Wine in der jeweiligen Version nochmal eine Kopie gemacht, wo spezielle Konfigurationen drin ist. Und ja, das belegt ja nochmal Platz. Also diese 500 sowieso MB kommen nochmal oben drauf zu diesem Speicher, der gebraucht wird, um das Spiel zu installieren. Eine installierte Größe, ungefähr 35 GB plus 500 MB. Und die Wine-Version, die steht hier unten auch nochmal mit bei. Wenn ihr mehrere hättet, könnt ihr es hier auch nochmal direkt angeben. Ich möchte jetzt aber eine andere Version dafür. Dann sagt ihr installieren, dann wird das runtergeladen. Je nach Internetverbindung dauert das mehr oder weniger lang. Und dann habt ihr ja Spiel und dann könnt ihr es höchstwahrscheinlich auch spielen. Und viele von diesen Spielen, die brauchen eine Internetverbindung, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht aus spielerischer Sicht. Also so wie das hier. Das ist ein popeliges Kartenspiel. Das braucht aber eine Internetverbindung. Und das stellt auch euch irgendwelche Fragen. Also das möchte denn auch wissen, wie alt seid ihr? Was für ein Geschlecht habt ihr? Benutzt ihr Facebook? Und irgendwie sowas. Also das ist mehr oder weniger so ein Ausspionierungszeug da. Und ja, es ist teilweise ein bisschen komisch, was da mit dabei ist und was die halt von euch wollen. Doom 64 läuft übrigens auch nicht ohne Internetzugang. Das macht auch keinen Sinn. Also wenn ich meine Spielekonten damit nicht synchronisieren will, mein Spielstand ist lokal gespeichert, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber die wollen es halt da haben, das ist halt epic. Ich nehme das jetzt doch einfach mal, um das mal zu demonstrieren, denn es ist nämlich sehr schön klein. Das ist also schnell runtergeladen und schnell entpackt. Da steht hier klein der Installationsstatus. Da steht auch nochmal größer hier dabei. Ja, und wenn es denn installiert ist, dann ist das nicht mehr ausgegraut, sondern dann ist es hier halt in Farbe. Dann kann ich da auf das Zahnrad drauf gehen. Hier kann ich auch nochmal die Wine-Version einstellen. Wenn ich jetzt mehrere hätte, könnte ich die hier nochmal wechseln und dann mein Glück mit einer anderen Version nochmal probieren. Um das Spiel zu starten, gehe ich hier drauf und wenn ich das Spiel wieder entfernen möchte, klicke ich auf das Bild drauf und dann gibt es hier oben Werkzeuge und dann steht hier Deinstallieren. Dann kann ich jetzt noch sagen, ob ich wirklich alles weghaben will und auch dieses Prefix, da wären auch meine lokalen Speicherstände drin. Ja, aber ich möchte das jetzt auch wirklich alles weghaben. Dann soll ich hier jetzt also anhaken und ja. Ja, und dann ist es jetzt auch schon deinstalliert und dann ist es wieder grau. Ja, so könnt ihr dort Dinge installieren, deinstallieren und natürlich auch starten. Nochmal ein spontaner Wechsel zu dem System, wo ich es wirklich drauf spiele und aufnehme. Das gerade eben war in der Virtualisierung drin, um euch mal die Installation von dem Heroic Games Launcher zu zeigen. Ja, ein paar Sachen habe ich auch wirklich gespielt. Zum Beispiel hier Tomb Raider, da diese 20 Jahre Feieredition, die ist eigentlich ganz gut. Da würde ich sagen, das ist einer der besten Titel, die so mit dabei sind. Ich starte das einfach mal, damit ihr mal sehen könnt, was da so letztendlich läuft. Also das ist einer von den anspruchsvolleren Titeln. So, dann einfach auf Spielen gehen. Ja, und ich habe halt schon ein bisschen gespielt. Also sieben Prozent von dem ganzen Spiel habe ich vielleicht schon geschafft. Und, ja, gucken wir mal kurz rein, mal gucken, wo ich gerade bin. Ich weiß es schon nicht mehr, das ist schon wieder ein bisschen länger her, dass ich das das letzte Mal gestartet habe. Oh ja, genau. Also es ist kalt. Und ich glaube, ich soll irgendeinen Unterschlupf finden. Und wie man sieht hier, ihre Haare flattern ganz schön im Wind. Und das ist doch sehr nett gemacht. Der Hang ist schon ein bisschen steil. Und ich kann auch schießen, wenn ich da jetzt Tiere finden sollte. Dann kann ich die abschießen und daraus Rohstoffe für Waffen vielleicht und Nahrung gewinnen. Okay, hier ist es einfach mal zu Ende. Also Lara wieder zurück durch den hohen Schnee. Das klingt ja gar nicht gut. Oh scheiße, was war denn das? Wer? DOSBox ist letztlich eine Virtualisierungssoftware, sowas wie VirtualBox oder KVM, bildet aber relativ alte Hardware nach. Und das auch inklusive CPU, damit DOS-Spieler auch wirklich laufen. Und da drin ist auch gleich noch ein DOS-Betriebssystem, sodass ihr eigentlich nichts dazu braucht. Ihr installiert das DOSBox-Paket in eurer Linux-Distribution und schon habt ihr diese komplette Umgebung und könnt DOS-Spiele oder auch Anwendung darin starten. Dabei werden eben alte Grafikkarten nachgebildet mit Weser-Standard, VGA, EGA, CGA, Tandy und Herkules. Das wird immer ein bisschen schlechter. CGA, das tut wirklich in den Augen weh. Da gibt es sehr hässliche vier Farbpaletten. Und die eine Palette ist Schwarz-Weiß, Cyan und Magenta. Ja, das ist gruselig. Das war früher schon ästlich und ist es natürlich nicht besser geworden. Ja, Soundkarten, da braucht man denn auch was Passendes, was es damals halt gab. Soundblaster 1, 2 Pro 16 war schon sehr schön. Die Pro, die war auch schon okay. Und die hier, naja, es kam Ton raus. Man konnte die Sprache auch schon verstehen, wenn es Sprachaufnahmen gab. Dann den PC-Speaker, der eigentlich eher so ein Piepser ist, wo es, ähm, ja, eigentlich nicht wirklich was Schönes gab. Bei Pinball Fantasy haben sie irgendwie richtige Musik rausgekitzelt, wie auch immer. Und Sprachausgabe. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Aber bei allen anderen Spielen, da gab es eigentlich bloß so gruselige Rumgepiepse. War eigentlich eher scheußlich. War immer gut, wenn man es ausstellen kann. Dann IPX-Netzwerk. Das war zu DOS-Zeiten ein Standard, über den viele Spiele gespielt werden konnten. Gab natürlich auch ernsthafte Anwendungen. Aber, ähm, das war so das, was es damals gab. Das kann auch emuliert werden und über aktuelle Standards wie UDP, IDP, äh, weitergeleitet werden. Sodass man es theoretisch auch übers Internet spielen kann. Genauso wie mit Modem und Null-Modem-Kabeln. Also, damit konnte man früher zwei Rechner direkt verbinden. Ähm, ja, das kann man auch emulieren über DOS-Box. Und das wird über TCP weitergeleitet. Zusätzlich können noch Speichermedien wie CD-ROM-Laufwerk, Diskette und Festplatte simuliert werden. Da legt man denn, wie bei VirtualBox und anderen Virtualisierern, so ein ISO-Image ein. Oder ein Disketten-Image. Oder ein Festplatten-Image. Und dann kann man, ja, dort mit diesen virtuellen Abbildern arbeiten. Als Beispiel, wie man ein altes Spiel zum Laufen bringt, habe ich mir mal Wacky Wheels ausgesucht. Ein Spiel, was wir früher zu zweit gespielt haben an einem Rechner. Man konnte den Bildschirm so horizontal durchsteigen und oben war der eine, unten der andere. Und dann gab es einen anderen Bildausschnitt. Und das Ganze ist so wie, ja, Super Mario Kart oder Super Tux Kart. Und das gab es schon zu DOS-Zeiten 1994. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das Spiel ist damals veröffentlicht worden als Shareware. Den ersten Abschnitt mit ein paar Karten gab es als Shareware-Version. Das konnte man frei weiterkopieren, konnte man es weitergeben. Und die weiteren Karten und Charaktere, die musste man irgendwie kaufen. Das habe ich jetzt wiedergefunden, zum Beispiel im DOS-Games-Archiv.com und hier File, Wacky Wheels, Schrägstrich 1 Wacky. Da könnt ihr eine ZIP-Datei runterladen und da ist diese Shareware-Version drin. Die entpackt ihr einfach und dann habt ihr da drinnen ein paar Dateien, unter anderem eine Datei Install Excel. Damit ihr das Ganze unter Linux zum Laufen kriegt, macht ihr erstmal die Installation, die es halt früher auch gegeben hat, unter DOS. Da war es vielleicht auf der Diskette drauf. Die habt ihr dann eingelegt. Und heute packen wir das Ganze in einem Verzeichnis aus, gehen in dieses Verzeichnis rein und verwenden DOS-Box. DOS-Box kann man mehrere Kommandos mitgeben, minus C und dann kommt das erste Kommando hier, mount C Punkt. Das ist ein Kommando, was es damals unter DOS nicht gegeben hat, aber das sagt jetzt, ich möchte den Laufwerksbuchstaben C definieren und der Startpunkt ist halt Punkt. Also das aktuelle Verzeichnis, in dem ich jetzt DOS-Box gestartet habe und innerhalb von meiner DOS-Box ist dieses aktuelle Verzeichnis mit meinem Laufwerk C verbunden. Als nächstes Kommando kommt jetzt C Doppelpunkt. Damit habe ich damals das Laufwerk gewechselt. Wenn ich jetzt A Doppelpunkt gemacht hätte, wäre es mein erstes Kettenlaufwerk gewesen und C Doppelpunkt. Damit springe ich auf die Festplatte und in meinem Fall ist es jetzt eben das Verzeichnis, wo ich meine Installationsdaten drin habe. Dritter Befehl ruft das Installationsprogramm auf. Da kommt dann so ein Installer, da muss ich ein paar Fragen beantworten und dann geht es los mit der Installation. Hinterher kommt wiederum ein DOS-Box-Befehl, den es so in DOS natürlich nicht gegeben hat. Exit, damit wird die Emulation wieder dicht gemacht und dann ist das DOS-Box-Fenster wieder zu. Nach dem Installieren sind wir allerdings noch nicht fertig. Wir müssen noch eine Soundkarte einrichten. Die Spieler haben damals für verschiedene Soundkarten eigene Treiber mitgebracht. Und über so ein Setup-Programm muss ich dem Spiel jetzt noch sagen, ja übrigens, ich habe jetzt die Karte, verwende die bitte und die muss ich auch noch einzeln einrichten. Der Aufruf ist jetzt wieder ähnlich wie beim ersten Teil, also DOS-Box-C, wiederum das Laufwerk C anlegen, dann auf das Laufwerk C rüber wechseln. Dann gehe ich in das Verzeihnis www hinein. Dort drin habe ich Wacky Wheels installiert. Das habe ich beim Installieren über hier die Install-Excel gesagt. Mach mir ein Verzeihnis, was www heißt und installiere es drin. Und dann habe ich da drin Setup Excel, dieses Programm zum Einstellen. Und dann nehme ich meine Einstellungen vor, speichere die und hinterher mache ich die DOS-Box wieder zu. Diese beiden Punkte hier, die laufen in einem DOS-Box-Fenster. Ich kann DOS-Box allerdings auch sagen, dass es im Vollbild-Modus starten soll, indem ich hier sage Minus Fullscreen. Dann packe ich wiederum hier die Befehle hintereinander und das Spiel wird über www.exe gestartet. Und wenn ich das Spiel beendet habe, mache ich auch die DOS-Box wieder zu. Über Alt und Return kann ich auch zwischen dem Vollbild- und dem Fenstermodus im laufenden Betrieb umschalten. Also ihr müsst es nicht unbedingt mit dem Parameter hier Minus Fullscreen starten, um ein Vollbild zu kriegen. Ihr könnt es auch eben umschalten, wenn ihr meint, dass es richtig ist. Für viele Spiele braucht ihr keine zusätzliche Konfiguration machen. Sollte das Spiel allerdings ruckeln, weil es nicht genug CPU-Zyklen zugeteilt kriegt. Denn diese Emulation, die frisst relativ viel Rechenzeit. Also damals hattet ihr vielleicht einen Rechner, der so 20 MHz oder 40 oder 100 hatte. Und um das zu simulieren, die komplette CPU, die es damals gegeben hat, braucht man heutzutage deutlich mehr. Also man braucht jetzt keinen Hochleistungsrechner dafür, aber man braucht halt deutlich mehr. Und das ist erstmal so eingestellt, dass viele Titel ganz gut laufen. Aber in einigen Fällen muss man vielleicht ein bisschen Feineinstellung betreiben und muss dafür eine zusätzliche Konfigurationsdatei mitgeben über den Parameter Conf. Ich habe euch da einfach mal eine hinterlegt, die ich immer dann verwendet habe, wenn irgendein Spiel geruckelt hat. Also das konfiguriert noch ein bisschen Dinge um, damit Sachen halt deutlich flüssiger laufen. Jetzt das Ganze nochmal bunt und in Farbe. Also erstmal lade ich hier das Wacky Wheels in der Shareware-Version runter von dieser Seite zum Beispiel. Es gibt natürlich noch viele andere Seiten, die das auch mit dabei haben, denn man darf es wirklich frei kopieren. Dann klicke ich hier auf Start Download auf 1wacky.zip. Das sind 1,6 MB gepackt. Das geht doch sehr schnell. Das Ganze ist dann auch wieder in meinem Download-Verzeichnis gelandet, weil ich den Firefox nicht umgestellt habe. Und jetzt kann ich hier das mal entpacken. Da fallen mir verschiedene Dateien entgegen. Also das Installationsprogramm und Daten, Dateien, die früher wahrscheinlich auf Disketten aufgeteilt wären. Jetzt kommen wir zur Installation von dem Wacky Wheels. Da kopiere ich mir die kompletten Zeilen einfach mal rein, die wir schon gesehen haben. Und da öffnet sich jetzt so ein kleines Fensterchen. Und das ist so ähnlich, wie es halt damals war. War natürlich hier ein Ruhrenmonitor. Und ja, das sah ein bisschen anders aus. So, das Verzeichnis soll ww heißen. Da habe ich so in meinen weiteren Zeilen so drin. Also sage ich hier C, Doppelpunkt, Schrägstrich. Also der Schrägstrich, der so geht und nicht so wie bei URLs, damit das unter DOS seine Richtigkeit hat. Das hat man damals so gemacht. Also der Schrägstrich gehört wirklich so rum. So, ja, jetzt rotiert das so ein bisschen. Das entpackt jetzt. Das wäre jetzt so ein Punkt, den man beschleunigen könnte. Im Moment hat das hier diese 3000 Cycles beim CPU-Speed. Das könnte man schneller machen. So, jetzt ist es auch fertig. Jetzt soll ich, ja, eigentlich gar nichts mehr machen. Jetzt ist es durch. Und ja, es braucht ein 386er mit 20 MHz und 2 MB freiem Speicher. Und dort sind auch schon aufgelistet, welche Soundkarten alle optional unterstützt werden. Und man kann es auch mit Joystick, Maus oder dem Gravis Gamepad spielen. So wie über Modem, also was es damals schon gab. Also haben wir so nicht gemacht. Wir haben es wirklich zu zweit an einem Rechner gespielt. So, jetzt sollte ich noch C drücken. Und danach geht das DOS-Box-Fenster zu, weil wir hier ein Exeter haben. In dem Downloads-Verzeichnis und dem WW-Unterverzeichnis haben wir hier eine ausführbare Datei drin, die WW1-Excel, die müssen wir auch noch anstarten. Dann wird das Ganze nochmal entpackt. Also das Erste ist die Aufteilung auf einzelne Disketten wohl. Und das Zweite ist ein selbst entpackendes Archiv, was jetzt die Spieldaten entpackt, sodass sie auch genutzt werden können. Und da sehen wir auch schon hier die Setup-Excel, die wir gleich noch starten. Das ist jetzt das Setup-Programm, wo wir ein bisschen was einstellen können. Wir können jetzt hier für Spieler 1 und 2 festlegen, wie das zu spielen ist. Also wir haben es eben zu zweit damals auf einer Tastatur gespielt. Und da kann man jetzt festlegen, welche Tasten für Spieler 1 auf der Tastatur zuständig sind und welche für Spieler 2 zuständig sind. Das hat damals herstaunlich gut funktioniert. Wir können auch natürlich hier Sound-Setup machen. Da können wir einmal die Soundkarte festlegen, die Geräusche macht. Also Tierstimmen kommen drin vor und das Brummen von Motoren. Da wählen wir denn hier die Sound-Blaster-Karte aus. Und da können wir auch noch sagen, wie viele einzelne Töne gleichzeitig abgespielt werden können. Ja, also wie hier steht, hier Slower Machines, die sollen lieber bloß zwei gleichzeitig abspielen, vier, ja, so Mittelklasse. Und ach, das war wohl damals ein bisschen Schwerstarbeit. Aber das können wir uns heutzutage gönnen. Da können wir noch festlegen, wie das Ganze gemixt werden soll. 8-Bit oder 16-Bit. 16-Bit klingt natürlich besser. Und dann nehmen wir natürlich das hier. Für Musik können wir uns auch noch ein Gerät aussuchen. Dann nehmen wir denn auch noch mal den Sound-Blaster. Man könnte jetzt auch hier Gravis Ultrasound emulieren, wahrscheinlich sogar mit einem Wavetable, wo denn verschiedene Instrumente drauf sind. Und das deutlich besser klingt. Aber das muss man noch anders konfigurieren. In der DOS-Box habe ich nie gemacht. Von daher nehme ich Sound-Blaster. Das, was ich damals auch wirklich hatte. Ja, jetzt können wir das Ganze noch einmal testen. Schon mal. So, Leaf Menu. Jetzt können wir noch so ein bisschen am Detail-Level rumschrauben. Einmal hier für Single Screen Detail Level. Und das ist, wenn man es alleine spielt. Und das ist eben dieser aufgeteilte Modus mit oben und unten. Gucken wir erst mal da rein, was es dort gibt. Wir wollen natürlich das Beste. Hi! Klar. Und dafür natürlich auch nur das Beste. Wir haben es ja. So, anschließend Exit. Dann wird das gespeichert. Und die DOS-Box geht natürlich wieder zu. Ja, dann wollen wir es natürlich auch einmal hier anstarten. Mal gucken. Wiederum die komplette Zeile einmal kopiert. Und mal schauen. Oh ja. Das macht Lärm. Na gut, so voll bildschirmig wird es denn hier doch nicht. Weil es sind ja Virtual-Emerge-Spiele drin. Aber es ist Virtualisierung und Virtualisierung. Aber normalerweise hättet ihr ein Vollbild. Ja, und bei der Shareware-Version habe ich nicht alle mit dabei. Da kann ich denn bloß hier den Heizbrei spielen. Und dann kann ich noch auswählen. Wie gut ich bin. Amateur, ja. Sechs Stunden. Und stelle. Und ich habe auch nicht alle Strecken in der Shareware-Version. Und da ja. Genau. So was hat man halt für das Spiel. Meine Güte. Das war laut. So könnt ihr auch DOS-Spiele wieder spielen, die ihr vielleicht früher mal gespielt habt oder die ihr jetzt komplett neu entdeckt. So ähnlich wie OpenRA für die Command & Conquer-Teile ist, ist die SCUMM-VM für Adventures und einige Rollenspiele, die es damals gegeben hat. Die ursprünglichen Spiele, die kriegt man vielleicht noch in der DOS-Box zum Laufen. Man kann die allerdings auch in die SCUMM-VM reinstopfen, beziehungsweise die Spieldaten, die werden durch die SCUMM-VM interpretiert, sodass ihr sie auch auf moderner Hardware spielen könnt und auch auf sehr vielfältiger Hardware. Also das können irgendwelche Tablets sein, natürlich euer Linux-Rechner oder eben auch alles mögliche, Raspberry Pi und was es alles so gibt. Also SCUMM-VM läuft auf sehr, sehr vielen Plattformen. Und eben dort könnt ihr diese alten Spiele wiederum spielen. Es gibt eine Kompatibilitätsliste auf der SCUMM-VM-Org-Projektseite, wo aufgelistet ist, welche Spiele es alle gibt und wie gut die laufen. Das ist wieder so ein bisschen so wie bei Wine, wo es so Bewertungen gibt für die einzelnen Spiele und Anwendungen. Das gibt es dort genauso, wo dann gesagt wird, ja, das läuft super oder ja, das hat so ein paar kleine Fehler. Und bei einigen steht dann auch bei, ja, das läuft so ein bisschen, aber man kann es allein nicht zu Ende spielen. Ja, müsst ihr mal gucken. Und es gibt auch kostenlose Adventures und Erweiterungen. Schaut da einfach mal vorbei, wenn ihr solche Retro-Spiele spielt oder eben die wirklichen Klassiker. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein kleiner Überblick, was alles unter Linux so im Spielebereich möglich ist. Wenn euch das interessiert, probiert Dinge mal aus. Also vieles kriegt ihr halt direkt über eure Linux-Distributionen oder teilweise für schmales Geld einfach mit dazu. Oder bei Epic kriegt ihr sowas auch mal gratis mehr oder weniger gut. Ansonsten ist das eher was Themenfremdes, was ich euch hier vorgestellt habe. Normalerweise mache ich eher so ernstere Dinge, Administration, Softwareentwicklung, Softwareverteilung und Co. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, wo ich verschiedene Dinge zu Linux mache. Jede Woche gibt es ein neues Video zu Dingen, mit denen ich mich privat oder beruflich beschäftige. Alles Mögliche, was so Linux- und Open-Source-Bereich ist. Ja, guckt einfach mal vorbei. Und ansonsten bis dann und tschüss.